Hallo und herzlich willkommen! Herzlich willkommen wieder zu einem Unterwegs in Dessau Video, bloß diesmal nicht in Dessau, sondern in Roslau. Ich werde euch heute ein kleines Spezial präsentieren, denn ich treffe mich mit ein paar YouTubern aus Dessau und die Links für die YouTuber findet ihr hier gleich unten in der Infobox. So, also, ja, das ist Roslau und ich erzähle euch nachher ein bisschen über das Goethe-Gymnasium, dass dieses Spezial auch einen kleinen Touch hat von Unterwegs in Dessau. Und wenn ich jetzt nach rechts gucke, sehe ich die Elb-Rosselhalle. Und die Elb-Rosselhalle, dazu erzähle ich euch nachher ein bisschen mehr. Doch jetzt könnt ihr sie euch erst mal angucken. Wie gesagt, vielleicht folgt ein bisschen was über das Goethe-Gymnasium. Informatives, unterwegs in Roslau, Spezial von der Saar aus Dessau. Sie ist rübergeschwommen nach Roslau. Bis gleich! Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was über das Goethe-Gymnasium. Denn 1949 wurde hier das erste Abiturzeugnis vergeben. Seit 1991 ist es offiziell ein Gymnasium. Und seit 1999 gehört die Elb-Rosselhalle auch dazu. Aber sie wird von jemand anderem verwaltet. Gut, dann habe ich noch eine Information. Denn 2009 wurde das Goethe-Gymnasium leider geschlossen. Und das bedeutete auch das Ende für den Verein zur Förderung des Goethe-Gymnasiums. Aber vielleicht wird in nächster Zeit dieses Gebäude wieder genutzt. Denn es wird hier langsam saniert, wie man gleich sieht. Das gleich. So und jetzt kommt jemand mit. Denn jetzt gehe ich gleich über zu meinem anderen Spezial, was ich eigentlich heute machen wollte. Und jetzt glaube ich, weil es da mein Kameramann nicht. Eigentlich sollte das nämlich andersrum sein. So, und wenn wir um die Ecke gucken. Komm, komm, komm. Da sitzen die anderen. Pssst. Jetzt gehen wir mal hin. Puh. So. Wir sind noch komplett in der Planung. Aber hier seht ihr übrigens mal den Eingang von der Alp-Rossel-Halle, von der ich gerade erzählt habe. Wir warten noch auf andere Leute. Kameramänner. Nehmt euch mal ein Beispiel. Meiner ist schon da. Du hast einen direkten Tipp dran. Meiner kommt erst mal mit Bezug. Ja. Und dann zeige ich euch noch ein bisschen, was wir hier so machen. Und das ist ja Teil meiner Spezial. Und dann einfach eine Antwort rein. Und das ist nicht das, was das ist, das wir also auch machen können. Ich habe es noch nicht gehört. Es ist derart, dass wir das ankommen. Es ist derart, dass ich das nicht weiss. Es ist derart, dass wir das anarten. Es ist derart, dass wir das anbauen. Es ist derart, dass wir das anbauen. Ich kann schon mal schütteln. Ich bin schwule, ich weiß schon mal auf jeden Ende muss ich alles mitmachen, um zu Hause zu leben. Das muss ich mir nochmal! Premium! Ihr vergisst dann ja den Sexpartner. Du verdriggst nicht hier, aber. Nee. So, du nehmst meines, was ich will. Das ist Kuhl! Da ist was drin! Wichtig bei der Tür! Das ist das Kuhl! Das ist ein Kind nehmen an der Tür! Das hat die andere Tür, die man sich ja drinnen hat. Das ist ein Spinn nehmen an der Tür! Das hat den Spinn nehmen an der Tür, was ist schluckt... Das hat jemand von vorne gebraucht... Wie klein ist das denn, Leute? Wo ist die Lassen? Ja, aber ich weiß ja nicht, wie rum er gedreht hat. Das ist die Elisa in Kiwi. Wie gesagt, unten in der Infobox sind meine... die Links von... Und die Kamera filmt die Kamera. Wenn sie dreht, dann sieht das denn so aus. Die Kamera filmt die Kamera! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Was machen sie? Oh mein Gott, nein! Was tut sie jetzt? Na, wir haben Schule. Guck mal auf die Uhr. Oh, wir gucken ihn alle an, Mann! Das haben wir auch! Das haben wir auch! Schleichwerbung für deinen Kanal! Ja, ähm... Free is free! Abonnieren! Jetzt! Link in der Videobeschreibung! Sehr gut, wir haben alle Zehen! Ja! Lass fallen! Lass fallen! Lass fallen! Stilles Wasser! Aber Käfen ist nicht schlecht! Das Käfen ist gar nicht das Problem! Stilles Wasser! Still... Still... Stilles Wasser! Nein! Ich hab das eigentlich für das Video gesehen! Ich hab das eigentlich für das Video gesehen! Da kam mal so, äh... Ich hab gerade über das Kärchen geguckt! Der Arzt hat gesagt, ich darf keine Kohlensäure... Also keine Kohlensäure... Also keine Kohlensäure... Also keine Kohlensäure... Stilles Wasser! Stilles Wasser! Und dann sagt die andere so... Oh, man hat auch keine Kohlensäure! Und dann hat er auch ganz so keine Kohlensäure! Und dann hat er auch ganz so keine Kohlensäure! Ich bin ein YouTuber, weil ich davon will mit Notreißen! Er ist ja kein YouTuber! Noch nicht! Ich glaube jetzt, wie jeder, dass wir einen YouTube-Kanal auch... Ich kenn mich! Richtig Kopfnachbinden! Komm schon! Nein, das fühlt sich echt leid! Komm, tu es! Tu es! Ja, dann hört sie mich wieder! Tu es! Tu es! Du zu lonst! Du erst ja voll! Du zumal! Ich schaffst dich! Du bist meine Kohlensäure! Du bist kein Vorbrechen! Du bist nur mit?